herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge phasmophobia schön dass ihr wieder eingeschaltet habt wir sind jetzt im tanglewood drive unterwegs jetzt haben wir aber drei taschen lampen hier ich habe diesmal habe ich nämlich auch meine sachen mit eingepackt wir wollen mal gucken ob wir das mit dem ermitteln im kleinen haus bisschen besser hinkriegen wir müssen uns erst mal das update gewinnen sie kam aber war 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 oder mit barbara jesse auf alle aber wo ist der schock heißen die bewegungssensor salz wir haben kein bewegungssensor ich habe nicht geguckt im keller im keller ja im keller ist das traum warum warum was ist das im keller ich mach mal strom mal eine ahnung warum hast du keine waffel oder was warum ein anders so auch mal reden wir haben im keller zehn grad übrigens ich habe hier neun ja jetzt sind hier auch elf hier ist wieder spiegel aber den habe ich schon meine sammlung acht grad ich habe null grad drei im kleinen badezimmer und auch hier vorne null grad studen hier vorne wo der spiegel ist links flur hier ja ja das war hier die badezimmertür ich habe jetzt aber keine uv lampe hast du ja die tür hier hand abdrückt hat sich da auch was verändert nein kann ich gar nicht sehen ich sehe nicht kurzzeitig überfordert gewesen wir haben gefriert temperaturen hier bei mir immer noch in dem raum wo soll ich denn sonst sein hier auch an der tür auch an der brücke da nehme ich jetzt ein dots projektor erstmal mit solchen kreuz mit reinnehmen oder lieber nicht wegen der aktivität erstmal wir haben noch zeit zum vorbereiten ist jetzt abgelaufen hier hat sich doch gar nichts verändert ich weiß nicht ich habe irgendwie das gefühl ich kann mich auch täuschen aber es wirkt für mich als wäre die grafik besser geworden geht so ne vielleicht täusche ich mich auch meine kartoffel noch hier ja meine profil ist noch da die fasmo kartoffel also bis jetzt ich finde das update so ist schon sehr gelungen aber es wäre cool gewesen wenn sie die maps noch mal richtig oder mehr dazu oder ja ein friedhof wäre ganz cool wo willst du nicht im friedhof verstecken ist doch egal ist das grab hüpfen oder was ne wieso da gibt es ja auch eine kirche aber es wäre auch geil wenn der geist quasi aus dem grab rauskommt dass du siehst dass so eine hand rauskommt dann krabbelt er aus dem grabhaus das hätte schon ein stil ja sag ich doch wie im echten leben halt nur dass du kein stil hast da hat er von dem geist geredet ja jeder hat sich nicht verändern das heißt wir haben jetzt schon gefrier und der mimik ist drinnen wenn es jetzt noch die geister box ist haben wir mimik ich hab das buch jetzt noch drin imf haben wir auch noch nicht geguckt und ach komm was soll der geist wir hatten war und fingerabdrücke ja ich rede mit mir selber der bewegungsmelder warst du jetzt ja der ist ja nicht abgehakt als quest ich hänge ihn einfach mal hierhin er schreibt ins buch ist meine kamera ich habe gar keine kamera mitgenommen und das dachte ich mir schon ja ich habe mich ja für das kreuz entschieden ich habe mal ISO auf 200 gestellt bei der kamera aber nur die einstellung aber jetzt wollte ich die interaktion nicht fotografieren du hast deine uv lande mitgenommen kann das sein wenn du so müde ich wäre es noch mal zu gucken ob die fingerabdrücke sind wegen foto ich habe nur zwei slots und überall sind kameras drin ist ein bisschen slot man nennt dich nicht umsonst mrs slot du bist ein slot aber in amerika sprechen sie dich ein bisschen anders aus ich soll hier wegen fingerabdrücke sagen sie immer mrs slot du bist ja auch intelligent ich habe nur geguckt wegen bei uns den knochenjäger und haben wir fingerabdrücke aber ich habe jetzt die dings da gelassen papi siehst du dich schon wieder ich muss erst noch ein bisschen geld fahren hier unfassbar ja wenn ich jetzt wieder drauf gehen jetzt ist der handabdruck weg weil du gesagt hast wir haben kein nase doch hier war einer an der badezimmertür weil ich habe auf kamera geswitcht und dann war der gerade in dem moment ist ja verschwunden das kann ich selbst für die nase wieso ist hier eigentlich so dunkel also der geist ist da noch nicht lang gelaufen aha das habe ich im fingerabdruck nein wir haben doch schon alle drei dings beweise ist der dämon der bewegungssensor der beweis was so der ist nun nicht er ist da noch nicht durchgelaufen muss ich mit euch immer ein zum ohrenarzt weißt du warte du kannst dich aber deutlicher ausdrücken kannst du dich ja wenn du nicht so versoffen wärst was haben wir noch als quest hier da steht salz eigentlich müsstest du das salz machen salz passt warum hühner erschrecke du bist ja erschrecker hühner erschrecker das kreuz hat gebrannt gleich brennst du hör doch mal auf damit hier was machst du so negative ich schmeiße jetzt noch ein anderes kreuz rein und dann gucke ich mal wegen dings ding was dings knochen was knochen 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 bei denen haben wir nämlich noch gar nicht haben wir noch gar keine man man boop 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 oh die tür ging auf Soll er mal machen, der Dämon. Da habe ich keine Angst vor. Nee. Nee, absolut nicht. Du schreist gleich wie Mädchen. Ja, du schreist immer wie Mädchen. Du schreist wie Mädchen. Du schreist wie das Geschlecht, was eine Vagina unten hat. Wie nennt man die Mädchen? Ich habe den Knochen gefunden. Patrick nennt man die. Die Schnauze. Er ist durchs Salz gelaufen. Ja, sehe ich. Der hakt das ja ab. Aber der Bewegungssensor hat er noch nicht... Was muss man da denn? Vielleicht ist das so ein Schrumpfgeist. Ja, Schrumpfgeist. So ein Kind oder so. Schrumpfgeist. Schrumpfgeist, ey. Vielleicht ist das ja so ein Kind oder sowas. Und deswegen geht der nicht los, weil der zu klein ist. Noch ein bisschen... Jo. Ist durchgelaufen. Ja, siehste. Oh, siehste. Jessica, das könnte auch ein Kind sein, ey. Ist ja auch so ein Kinderzimmer. Jo, so ein Kinderjugendzimmer. Der krabbelt die Oni. Ey, die sind ja eklig. Ist das nicht das Schlafzimmer der Eltern? Was ist ich denn? Da gibt es kein anderes Zimmer. Alles klar, wir haben alles. Wir haben die Beweise. Wir haben Fotos. Vorne gibt es noch die anderen Zimmer. Wenn du gleich reinkommst, links. Ah ja, stimmt. Ja, ja. Nee, aber das sind doch auch... Das sind doch beides Kinderzimmer, ja. So, ab zur Basis. Warte, 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 halt. Ja, ich hab eingefangen, du Otto, ey. Das tut mir leid. Ich wollte es nicht. Ja, genau. Ein Demon. Oh, der Geist war ein Dämon. Dämon. Mega gut. Ermittlungstechnisch haben wir eine Eins. Ja? Ja. Mit Sternchen. Ja. Und XP. XP, P, E, D, A, D. Das war eine weitere Runde Phasmophobia. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oder hattet. Wir sehen uns definitiv das nächste Mal wieder. Schaltet wieder ein. Nicht verpassen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.